Hallo, herzlich Willkommen zum neuen Video. Hier ist René und Sandra von Womadventure. Zuerst schauen wir uns ein paar Flaschensteine an. Die Einheimischen nennen sie Feentürme. Okay, und dann geht's ab in die Berge über Piste, wo wir nicht wissen, ob die da überhaupt durchkommen. Es wird auf jeden Fall spannend. Und zum Schluss geht mir die Wasserpumpe kaputt, als ich am Wasser tanken war. Das erfährt ihr jetzt im Video. Bis gleich. So, nach dieser Reparatur müssen wir noch Wasser tanken. Da ist eine Quelle. Und jetzt muss ich da auf die Brücke. Das muss ich genügend ausholen. Nein, nicht das Fenster. Was denn? Diese Tür. Ja, geht ja nicht. Der unten ist im Weg. Na, Suri, geh zurück. Dann lass sie da unten. Es ruckelt und zuckelt hier unten. So, wir sind jetzt schon die zweite Nacht hier in der Gegend haben und da unten übernachtet. Jetzt fahren wir den Flussbett entlang. Ich bin da gestern die Hälfte abgelaufen. Und vielleicht kommen wir morgen sogar wieder raus. Oh, oh. Okay. Er fliegt da gerade mit der Drohne in. Ich dachte, er fliegt in den Baum, aber er erkennt das nicht schlecht. Ja, schön, schön. Wir fahren jetzt da einfach den Fluss entlang nach hinten, so weit wie es geht. Wenn wir Glück haben, kommen wir raus. So, erste Flussüberquerung. Lass ihn erstmal durchfahren. Wenn er steht, dann ist es scheisse. Aber das ist ja super präpariert. Und ich bin ja gestern da rumgerutscht. Ich bin ja gestern da rumgerutscht barfuss. Ich dachte, ja, wie ein Latteis. Aber das geht ja extrem gut. So, jetzt sind wir an dem schönen Ort mit diesen wunderschönen Steinen, die durch den Regen so geformt wurden. Und dahinten lassen wir uns auch nieder. Oh, ist das schön hier. Und Sebastian kommt auch. Also, hier geht es gerade ab. Kann ich mal in Ruhe fressen, die Angie. Hat so viel zu tun. Sie ist an der Leine, weil sie läufig ist. Und da hat sie einen Rüdern. Aber ich mache sie jetzt, glaube ich, ab. Damit sie sich frei bewegen kann. Mutig, mutig. Die Dame. Die Eila bleibt ganz cool. Die fällt nicht. Aber die Kühe scheinen jetzt kapiert zu haben bis hierher und nicht weiter. Eila frisst hier in Ruhe. Guckt manchmal. Aber die kommen nicht mehr her. Angie ist läufig. Sie hält hin. Aber der Rüder hat keinen Bock auf sie. Ist mir auch lieb. Ich hoffe, es bleibt. Sonst muss ich eingreifen. Der René klettert heute Morgen da hinauf zu diesen wunderbaren Felsen. Wahrscheinlich hat er sich jetzt versteckt. Ja, da klettert der Schweizer die Berge hoch. Das ist wahrscheinlich im Blut liegt das. Da muss immer die Berge rauf. Und jeden Hügel erklimmen. Aber in der Kulisse ist das natürlich auch traumhaft. Ich sehe dich, ja? Machst du da Frühsport? Ja. So, oben ist er. Seht ihr ihn? René spielt Gipfelkreuz. Er hat es geschafft. Aber das kam der Schweizer natürlich aus dem FF. Klettern ist die leichteste Übung, denke ich. Bravo! Kletternatens長 auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Viele kämpfen nicht, aber dass da eine Piste ist. Aber ob die befahrbar ist, ob irgendwo ein Hangrutsch ist oder ein Flussbett zu will, das sehen wir nicht. Und jetzt ist es fertig. Hier ist ein Stein. Also hier ist es vorbei. Das war es. So, das ist das Ende. Piste ist fertig. Zu viele Steine, die müssten wir jetzt wegräumen, sonst geht es nicht weiter. Aber ich glaube, wir drehen um. Also hier geht es nicht weiter und ich zeige euch jetzt auch, wieso. Tja, diese paar Steine haben Hangrutsch. Da würde es weitergehen. Aber eben, man weiss nie wie weit. Geil, also wir kehren um. So, Steinschlag, wendende Manöver ist notwendig. Wir müssen an der Engstelle rum. Aber in einem Zug ist das jetzt gerade möglich. Gut. René ist rum. Sebastian muss auch noch bringen. So, Wendemanöver von Basti. Ellen ist Einweiserin. Und da mitten im Hang. So ist das. Und das bei 35 Grad Hitze. Nicht anders, aber eben, man kann es lesen an diesem Vierwächs. Es ist hoch. Und das sah wirklich so aus, wie ich vermutet habe, dass man nicht weiterkommt. Aber wir haben ja nichts zu verlieren. Es war ein Versuch wert. Es geht um den Spass. Und jetzt geht es halt alles wieder zurück. So, dafür gibt es wieder ein kleines Flussbähterlebnis. Es ist wenigstens wieder mal ein durchgefahren hier. So, jetzt kommt dieser Erdhügel da, rechts im Bild, da vorne. Und links ist ein Stein. Also man muss da durch. Aber ich fahre jetzt da unten ins Flussbett. Alles tipptopp. Ging sehr gut. Guter Fahrer. Da merkt man halt die Erfahrung. Ja, ich hatte noch den 4x4 drin. Untersetzung. Jetzt kommt es. Oh, ja, 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 ja. So, hier war das schwierig. So, und da ist ein Stein, ja. Wow. Sehr gut. So, wieder an diesen schönen, farbigen Steinen vorbei. Zum Teil hat es Spitzige am Boden. So, genau hier war die Abzweigung und ab jetzt ist es Neuland. Jetzt versuchen wir da über den Pass zu kommen. Da hat es in jedem Fall Fahrspuren. Aber auch da weiss man nie, ob die uns zum Ziel führen. Nein, hier ist die Abzweigung. Ich habe Blödsinn erzählt. Erzählt. Also hier geht es hoch zum Dorf. Aber ob das weiter geht, das sehen wir dann. Ist nicht gesagt. Aber egal. Sonst alles zurück. So, schönes verlassenes Dorf. Lost Place. Für das alleine hat sich die Bord hierher gelohnt, um das anzuschauen, wie die früher gelebt haben. Auch der Wahnsinn. So, es bleibt spannend. Also Elektrizität haben die nicht mehr. Also hier die Häuser, alles verfallen. Die Zeitfrist. Oh, jetzt sind wir oberhalb und das sieht doch gut aus. Die Piste sieht auch befahrbarer aus. Man hat Spuren. Also hier habe ich mehr Vertrauen, dass wir durchkommen. Und da runter, das alte Dorf, wie heisst es, Jell, Jell, fast keine Ahnung. So, jetzt geht es den Berghang hoch. So, jetzt sehen wir uns bei der Aufruhr. so wir haben kurz pause gemacht da oben wir sind aber noch nicht ganz oben schauen runter ins tal von wo wir kommen da zum dorf sebastian fährt auch gerade hoch wunderschön hier fehlt einfach der wald wenn wir sicher das war mal alles bewaldet so kalt man ja wachsen bäume auf die höhe sonst lasse ich dich hier liegen wir haben die pole position gewechselt damit es da ein paar gute aufnahmen gibt es sieht doch super aus wir haben die höchste stelle erreicht da vorne sind wir in den hochalpen wie hoch sind wir etwa 1600 meter guckt euch das an höchst das schön da haben sie einen kleinen stausee gemacht wasser ist hier das wichtigste so wir fahren über den damm so das abenteuer berge scheint fast zu ende zu sein weil hier kommt glaube ich eine teerstrasse jawohl so ab jetzt wieder in der zivilisation keine ahnung keine teerstrasse aber eine super piste vielleicht sind es wieder so kleine muscheln haben wir schon mal gesehen wer weiß also es ist doch eine teerstrasse aber voll mit kieselsteinen schöne hohebene so ab hier schöne strasse vorbei wir nehmen alles was befahrbar ist wir nehmen alles was befahrbar ist so ab jetzt Weil die Strasse ist nicht so gut, das ist die Schnellstrasse dann. Wir sind in der Zivilisation, normale Strasse. Wunderbar, wir haben es also geschafft. Scheisse, die Wasserpumpe kaputt. So eine Soße war drin, ich habe jetzt alles abgespült, irgendwie kam da Wasser rein. Eine Kohle drückte nicht mehr hin, die blieb hängen. Ich denke, ich werde sie wieder zum Laufen bringen, aber optimal ist das nicht, irgendwie kommt da Wasser rein, das ist schlecht. So, Pumpe zerlegt, gereinigt, getrocknet, gefettet, jetzt kurz angeschlossen. Sie dreht wieder, aber ich habe es nur kurz, weil es kein Wasser drin hat und jetzt kann ich sie wieder einbauen. Eine Kohle ist zu 50% abgenutzt, die blieb hängen, das ist das Problem gewesen. Kohle muss sich organisieren, das sind 5mm auf 8mm. So, nachdem die Wasserpumpe wieder läuft, sind wir jetzt essen gegangen. Und gleich da drüben ist ein Tierarzt und der passt auf unsere Hunde auf. Und da haben wir uns auch eingebettet mit Wurmmittel und Spot-on und das ist extrem günstig hier. Also da die blaue Tafel, Veterinar-Klinik. Da ist ein Tierarzt und da drin sind jetzt meine zwei Wölfe und warten. So und hier wird türkisch gegessen. Etwas kam schon. So, das war es wieder. Ja, Wasserpumpe läuft jetzt wieder, aber ich traue der ganzen Sache nicht. Deswegen habe ich da ein bisschen was organisiert und habe jemanden gefunden, der jetzt von Georgien nach Deutschland geflogen ist, da ein Auto überführen wird. Und bei dem ist jetzt die neue Wasserpumpe, eine andere, diesmal die gleiche wie der Sebastian hat, schon bestellt und wenn alles gut läuft, kriege ich die in ein paar Tagen. Und dann wird sofort die gewechselt. Ja, das war es wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und danke fürs Zuschauen und bis bald. Bis bald. Bis bald.